I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know the book, I know the book. Side chill, side chill from the pain. Hallo Klasse, ich werde die seltene Erd des Wolfsiklasses Deutsch unterrichten. Das beste Erd der Universitäten in Deutschland ist, die Universitäten sind billig. Guten Morgen. Willkommen zu Deutschland. Danke. Hallo, ich bin Jack Miller. Guten Morgen, Herr Miller. Sind Sie Australier? Ja. Hier sind die Burschuren. Sie sagen die Aktivitäten Rudel und Fußball. Oh, Fußball. Und besonders die Extrakassen an der Universität. Hier ist der Schlüssel zu Ihrem Schlafsau. Schauen wir und genießen Sie Ihre Zeit in Deutschland. Hallo Gretchen, gut dich zu ziehen. Hallo Jack, du bist aber groß. Ja. Wie geht's, wie ist die Universität? Mir geht's wunderbar. Ich bin hier sehr gut, die Lehrer sind toll. Es gibt viel gute Gelegenheiten hier in Deutschland zu lernen. Ja, nicht nur wegen der Uni. Es ist billig. Trotzdem kann man eine andere Kultur lernen. Lass uns gehen. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Bachelor of Business. Applaus Praktiken, bitte laufen Sie mir nach zu dem Notfall-Simmer. Seit Rüben haben wir uns hier Notfall-Simmer. Spricht ihr mal in Englisch? Ich kann's! Der Patient spricht nur Englisch. Er hat vielleicht einen Rücken gebrochen. Er braucht eine Hauskreise. Wie heißt du? Ich bin Sophie. Sophie, können Sie mit uns kommen? Ich bin Sophie. Ich bin Sophie. Ich bin Sophie. Lauren! Ja, ich bin? Sie sprechen Deutsch, nicht wahr? Ja. Ja, ich habe eine Freundin in Deutsch. Und ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Guten Morgen Frau Schiffer, ich heiße Lauren und ich werde für Herrn Jules übersetzen. Guten Morgen Herr Jules, wie haben Ihr Bericht gelesen und wie möchte Sie zu der Konferenz in Hamburg einladen? Kommen Sie und geben Sie einen Überblick. Dankeschön, wir werden dort sein. Fantastisch, bis dann. Lauren? Ja? Ich war sehr beeindruckt, du war sehr gut. Danke. Ich dachte und ich dachte, wie würde ich dich zu meiner Translator promote? Das wäre fantastisch. Willkommen, meine Damen und Herren. Wir müssen zusammenkommen, um die Umwelt zu schützen. Willkommen, Damen und Herren. Unsere Umwelt ist vom Ausstärken verdraut. Wir müssen zusammenkommen, um die Umwelt zu schützen. Wir müssen uns fragen, was können wir für die Umwelt machen? Wir müssen uns zusammen tun, um die Umwelt zu schützen. Wir müssen uns fragen, was machst du, bevor die Umwelt? Ich spreche heute raus. Wir müssen uns fragen, was wir mit der Umwelt zu schützen. Und ich danke Ihnen. Ich danke dir. Wir müssen uns fragen, was wir heute hier.